Gute Laune, gute Laune, hey! Gute Laune, gute Laune, hey! Wie heißt die Laune, gute Laune? Ihr seht, so sieht eine glückliche Bevölkerung aus. Und wenn ihr mal wieder verarscht werdet beim Kellnern, wenn ihr mal wieder weniger Geld kriegt, dann habt gefälligst gute Laune, arbeitet an eurer Einstellung zur Welt, zu Deutschland und euch selbst und nörgelt nicht die ganze Zeit so rum und all den Leuten, die die ganze Zeit durch die Gegend latschen und uns dafür verantwortlich machen, dass es ihnen so schlecht geht, denen können wir einfach nur sagen, was verdammte Scheiße hat euch so ruiniert, Mann! Macht es selbst! Helft euch selbst aus der Krise! Das ist Flexibilität, liebe Leute! Alles für Deutschland, alles für die SPD! Ihr seid das Problem verflucht, nicht die Gesellschaft! Sucht das Problem bei euch, ihr faulen, miese, petrigen Säcke! Deutschland, SPD, Style und das geht! Was hat euch ruiniert, ihr armen Pisser? Wo sind das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Wie gut, wie nett, wie nett, wie nett, wie nett, wie nett, wie nett, wie nett. Wie nett, 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 wie nett